Herzlich Willkommen im Mehrgenerationenhaus in Lauchammer. Unser Haus befindet sich in einem alten Schulgebäude. Hier kann sich jeder verwirklichen. Hier finden Sie Hilfe, können Beratungen wahrnehmen, aber auch neue Ideen verwirklichen. Natürlich bieten wir Hilfen in ganz alltäglichen Fragen, zum Beispiel in unserem PC-Kurs. Wir sind aktiv am Geschehen in unserer Stadt beteiligt und kümmern uns um die Belange unserer Bürgerinnen und Bürger. Ei, 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 hier haben wir ja was entdeckt. Aber so ist das Leben, ne? Drüben geht's ja, hier fehlt eigentlich nur eine Absenkung. Also da würde ich dann mal den Herrn Wagler mit hierher holen, er soll mal gucken, wo kann man das machen, wie weit muss man weggehen, welche Vorschriften sind zu beachten. Ist es gut geworden? Ja. In unserer Mädchenbude, die einmalig im Landkreis ist, treffen sich Mädchen im Alter von 9 bis 18 Jahren, um kreativ ihre Freizeit zu gestalten. Im Mehrgenerationenhaus sind unsere Neuankömmlinge in der Stadt herzlich willkommen. Sie sind für uns hier im Haus eine Bereicherung und lernen hier die deutsche Sprache, bekommen Unterstützung bei allen alltäglichen Fragen. Unser Mehrgenerationenhaus ist für jeden offen. Wir haben jeden Tag etwas Neues zu bieten. Wir haben Menschen, wir haben Menschen Dinge, ein Kimmen, das eineぁ, die Familie wirkt die осьb Untertitelung des ZDF, 2020